Jetzt kommen wir zu Andreas Thoms von Wallox, der uns genau nämlich einen Anwendungsfall von Wohnraum, Lüftung und zwar Gebäude zentral einmal vorstellen wird, nämlich vom Projekt am Strandkai. Der eine oder andere wird das kennen in der Hamburger HafenCity neben dem Marco Polo Tower und dem Unilever Haus, sozusagen dieses Kreuzfahrtterminal. Zumindest das ehemalige ist auch ein Steinwurf weit entfernt und vielleicht werden Sie gerade auch bei Ihrem Vortrag genau das Thema Filterwechsel oder regelmäßige Reinigung und Wartung dann auch einmal aufnehmen, um genau diese Aspekte, die ja dann oftmals gegen Wärmerückgewinnung dann auch wieder aus dem Hut gezaubert werden, dann auch entkräften zu können. Und damit übergebe ich gerne an Sie, Herr Thoms. Ja, Gerwitz, vielen Dank. Ja, den Ball werde ich sehr gerne aufnehmen. Sie sehen, ich habe mich schon mal imaginär in eines der schönen neuen Wohnungen im Strandkai schon mal platziert, zumindest was das Videothema angeht. Ja, ich möchte Ihnen also heute mal an dem Projekt Strandkai das Thema Gebäudezentrale Lüftung vorstellen, welche Herausforderungen bei diesem Projekt waren, welche Vorteile das Thema hat und wie es letztendlich auch abgehandelt oder momentan umgesetzt wird und dann auch für kommendes Jahr bei dem einen Baufeld noch umgesetzt wird. Vielleicht ganz kurz zu unserer Firma, wer Wandox jetzt nicht kennt. Wir sind seit fast 30 Jahren jetzt auf dem deutschen Markt, wurden 1992 durch Horst Heinemann gegründet, haben seitdem doch einige Anlagen installieren dürfen, ebenfalls Zentralstaufergeanlagen, sitzen seit 2004 im schönen Diesen am Ammersee, haben noch einen Vertriebsstützpunkt in Hannover und noch ein Technikbüro in Rastede, wo dementsprechend Planungen und Vertriebsstützung von da aus passieren und werden geführt durch unsere beiden Herren, Herrn Fritscher und Herrn Meus, den Herrn Knies. Wir sind im Bereich Lüftung, Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung unterwegs, weil das für uns einfach das Thema ist, zum Thema CO2-Einsparung und Thema Wärme in der Wohnung behalten und nicht sinnfrei nach außen zu transportieren. Wir sehen uns als Systemanbieter, das heißt, wir versuchen eine Kombination zu stellen zwischen den Lüftungsgeräten, einem innovativen Luftverteilsystem und als Punkt noch obendrauf, was dann eher im Einvergängungsbereich sicherlich ein Thema ist, das Thema Zentralstaufergeanlagen, auch in Kombination, was die Kommunikation angeht mit der Lüftungsanlage. Hier nochmal ein kleiner Ausblick oder Einblick in unser Produktportfolio. Sie sehen, wir bewegen uns in mehreren verschiedenen Bereichen. Der Bereich ganz rechts ist der, über den ich heute ein bisschen erzählen möchte. Unser Portfolio beginnt bei 45 Kubik und geht eben bis ungefähr 3800. Und im Unterbereich sehen Sie einfach ein bisschen, wenn ich das mal kurz hier, einfach die Peripherie zum Thema Verteilsystem, Außenwetterhaufen und so weiter und so fort. Das war ein kleiner Einblick zu dem, was wir machen, was wir tun. So, jetzt möchte ich gerne zu dem Hauptpunkt kommen, das Projekt Strandkai in Hamburg. Vielleicht diejenigen, die es nicht genau wissen, wo es liegt. Wir haben ja, habe ich vorhin gehört, auch welche aus Zypern dabei. Die werden selig vielleicht nicht wissen, wo das Baufeld Strandkai liegt. Sie sehen also hier, es liegt direkt nicht nur hier um die Levergebäude, sondern auch hier ganz berühmt, Elbphilharmonie direkt gegenüber. Und dieser, quasi dieses Dreieck hier, das ist letztendlich das Baufeld Strandkai, was ich in fünf Baufelder, oder wie fünf Baufelder möchte ich heute erzählen. Das Gesamtaufkommen ist letztendlich, geht über 700 Wohnungen und hat eine Größe von 6,9 Hektar. Und eben diesen Teilbereich hier, über den möchte ich heute Ihnen ein, zwei Dinge erzählen. So sieht das dann letztendlich animiert aus, also wird es dann in naher Zukunft ausschauen. Sie sehen hier eben diese vier Gebäude, um die es heute geht. Die zwei Türme, die sind vielleicht schon bekannt. The Crown und 59. Hier eben das Baufeld in der Mitte. Und hier eben beginnend mit dem Baufeld 55 ganz vorne. Und dieser Bereich hier vorne, der bleibt quasi frei als Nutzerfläche. In diesen vier Gebäuden ist letztendlich das Thema Wohnungsbau, aber auch Gastronomie, Kindertagesstätte und auch Kultur mit vereint. In der Regel ist es so, dass in den Erdgeschossen und Tiefgeschossen oder Warfgeschossen das Thema Öffentlichkeit eher angesiedelt ist und dann letztendlich im Hochbau das Thema Wohnungsbau sich dort dann wiederfindet. Hier sieht man das mal von oben. Wir sehen also hier die verschiedenen Baufelder. Hier beginnend mit dem vordersten Objekt, das Baufeld 55, was momentan sich im Rohbau befindet. Weiter geht es mit den beiden Türmen. Einer ist hier und einer ist hier, die sich momentan ebenfalls im Rohbau befinden. Und dann wird das Ganze hier von den beiden Türmen quasi eingekreist. Das Baufeld 56, 57 Nord, Süd. Da sind wir gerade in der Planungsphase. Und da soll es letztendlich losgehen mit dem Rohbau in 2021. Fangen wir mal mit den Türmen an, weil das sicherlich das ist, was die meisten kennen werden. Wir haben also hier Crown und 59. Insgesamt reden wir über 150 WE in diesen beiden Türmen kombiniert. Wir haben also eine hohe Geschossfläche von ca. jeweils 11.000 Quadratmeter für den Wohnbereich und reden über ein Gesamtlüftungsvolumen nur für die Wohnungen von knapp 22.000 Kubikmeter, die sich auf vier Geräte aufteilen. Wir haben jeweils zwei Geräte pro Turn. Ein Gerät steht im 11. Geschoss und ein Gerät steht im 16. Geschoss. Das Gerät im 11. versorgt die Geschosse EG bis 11. Und das Gerät im 16. dann dementsprechend das Geschoss 12 bis 16. Wir haben dort 504 Sonderverteilerkästen im Einsatz. Dazu komme ich gleich noch, was es damit auf sich hat. Denn wir haben hier sehr große Herausforderungen gehabt zum Thema Brandschutz und Statik. Denn die Verteilerrohre und der Walloflexrohre werden hier also in die Filigrandecke verlegt. Und da gab es letztendlich in der Ausführung, dann im Vorfeld, in der Planungsphase, sehr große Herausforderungen. Seit 2014 sind wir hier in der Planung involviert, haben da auch mehrere Planungsbüros begleiten dürfen. Und am Ende wurde die Ausführungsplanung dann über Rese-Ingenieure hier aus Hamburg abgewickelt. Da auch noch ein herzliches Dank. Das war also eine sehr intensive und gute Zusammenarbeit im Austausch der ganzen Herausforderungen und Anforderungen, die hier in dem Baufeld auf uns zukamen. Hier sieht man mal ein Foto von der Europa-Phase. Also letztendlich so ging es los. Man sieht hier ist noch nichts großartig passiert zum Thema Lüftung. Dazu komme ich dann gleich noch mit einigen anderen Bildern. Vielleicht erst mal das Thema mit dem Sonderverteilerkasten. Wir haben also hier extra für dieses Bauvorhaben Sonderverteilerkästen angefertigt, die also speziell nach Vorgabe des Startdeckers im Fahrungsbüros ausgearbeitet worden sind, um die Überdeckung und Unterdeckung in der Betondecke zu gewährleisten, mit speziellen Auslässen, mit einem speziellen Anschluss, damit also wirklich das Ganze von der Verlegung her und von der statischen Seite her dementsprechend funktioniert. Und es wurde sogar soweit gemacht, da kann ich Ihnen leider keine Widerzeigen, denn die Frage habe ich nicht bekommen, aber es wurde quasi mit einer Drohne die Verlegung der Rohre auf die Oberfläche des Gebäudes projiziert. Und dann wurde das Ganze nach dieser Projizierung quasi plangenau in die Praxis umgesetzt und die Rohre wurden genauso verlegt, wie sie im Plan vorgesehen waren. Denn es gab dort bestimmte Stellen, wo kein Verteiler und kein Verteilrohr platziert werden durfte. Und um das zu gewährleisten, wurde diese Spezielltechnik angewandt. Hier gibt es auch noch eine weitere Besonderheit, diese ganze Arbeit, das sieht man hier auf dem Bild, der Verteilverlegung der Rohre, ist hier durch die Firma Koha passiert. Koha ist hier der ausführende Rohbauer, also nicht durch ein Heizungsbauer, sondern durch eine Rohbaufirma, die also komplett das Thema Verteiler und Verteilkästen in ihr Portfolio mit übernommen hat. Auch hier gab es eine sehr enge Abstimmung zwischen meinem Kollegen, der dementsprechend die Baustelle vor Ort betreut, der Firma Koha, auch der Firma Rehse und auch dem ausliefernden Großhandelshaus, damit das wirklich alles funktioniert zum Thema Anlieferung, zum Thema Kommission und so weiter. Sie sehen auch hier auf dem Bild, das sieht man vielleicht hier ganz gut, hier sind so eine Art Trägerstützen eingesetzt worden, denn die Anforderung war, dass die Verteilrohre sich genau in der Mitte der Betondecke befinden müssen. Das heißt, sie brauchen eine 10 cm Unterdeckung, eine 10 cm Überdeckung. Auch da wieder aus statischen und brandschutztechnischen Gründen. Also es war hier schon nicht ohne. Zum Teil ist dann auch die Verlegung mal von der Betondecke in die Abhängedecke gesprungen und wieder zurück, um irgendwelche Unterzüge zu kreuzen. Also es war vor allem für die Firma Rehse eine echt spannende Aufgabe. Zum Teil war bis kurz vor Ende der Ausführungsplanung nicht klar, ob aus einer Wohnung zwei gemacht werden oder aus zwei wieder einer. Also es war eine sehr, sehr anspruchsvolle Geschichte. Hier sieht man nochmal das Thema mit der Verlegung ein bisschen genauer. Also auch hier die Sonderverteilerkästen mit eben der Verlegung der Valoflex-Frohre auf der Filigrandecke. Das wiederholt sich jetzt ein bisschen von der Fotoserie und man sieht ganz gut, also auch hier sind ganz klare Linien vorgegeben mit Abständen, damit da eben am Ende keiner sagen kann, es passt irgendwas nicht. Hier sieht man dann mal, wenn es dann letztendlich zum Ventil kommt, für die Setzung des Ventils in den jeweiligen Raum. Auch hier war eine Besonderheit, hier wollte man aufgrund der Masse der Ventile, die man hier setzen muss, die Schalbretter nicht zerstören, hat dementsprechend die Ventile, die Ventilanschlussteile auf die Schalbretter aufgesetzt, dann die Betonung begotten und macht die nachher weg. Hier war also auch eine sehr genaue Arbeit der Firma Koha erforderlich, damit es am Ende genauso funktioniert. Und auch eine planerische Vorarbeit zu leisten, fand ich eine sehr spannende und eine sehr gewagte Geschichte, hat aber bisher, toi, 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 hervorragend funktioniert. Und auch da sieht man, dass der gemeine Rohbauer auch filigran arbeiten kann und nicht nur quasi im Groben unterwegs sein kann. Kommen wir zum Baufeld 55, das ist das erste Gebäude auf dieser Zunge quasi. Das ist letztendlich ein klassisches Wohngebäude, wie man es kennt. Hier bewegen wir uns im Bereich von knapp 150 WE, haben ungefähr 20.000 Fläche für Wohnen, Gastronomie und Freizeitrichtungen und unterstützt für ein Parkhauseinrichtung. Wir haben hier knapp etwas über 17.000 Kubikmeter Luftvolumen, was auf fünf Geräte verteilt wird. Zwei stehen auf dem Dach außerhäusig und drei stehen innerhalb der thermischen Gebäudehülle im Keller. Baufeld 55 und für die beiden Türme sind alles keine Walloxgeräte, aufgrund entweder der Außenaufstellung oder des erhöhten Lüftungsaufkommens, das quasi unser Portfolio überschreitet. Und hier haben wir also auch 294 Sonderverteilerkästen angefertigt, ebenfalls wieder speziell auf das Bauvorhaben abgestimmt. Denn auch hier ist die Verlegung der Wallo nicht fakes, sondern fakes für so ein Tippsfehler, ebenfalls in der Filigrandecke. Also die Anforderung war hier ähnlich hoch wie bei den beiden Türmen. Etwas entspannter aufgrund der anderen Geschosshülle, aber von der Thematik her war es ähnlich zu sehen. Auch hier sieht man wieder das gleiche Spiel. Wir sehen, dass die Rohre auf diesen kleinen Art Erhöhungen liegen, auch da wieder um die Überdeckung und Unterdeckung dementsprechend zu gewährleisten und dementsprechend dann die Ventile, das sieht man hier, jeweils wieder nach unten steckend in die einzelnen Räume hinein. Vielleicht kurz die Info, wenn Sie hier immer zwei Rohre am Anschluss sehen, dann haben wir hier eine Luftleistung zwischen 30 und 60 Kubikmeter. Würde hier ein Rohr angeschlossen sein, hätten wir eine Luftleistung bis 30 Kubikmeter. Hier sieht man auch noch mal die Anordnung der Rohre und diese Art Stege. Das kann man auf diesen Bildern ganz, ganz gut erkennen. Das sind Bilder, die mein Kollege auf der Baustelle gemacht hat. Die sieht man so ein bisschen besser. Jetzt kommen wir zu dem eigentlich spannenderen Thema. Das ist das Baufeld 56, 57 Nord-Süd. Das ist quasi das, die zwei Gebäude, die letztendlich von den beiden Türmen so ein bisschen in die Mitte genommen werden. Hier geht es insgesamt um 172 Wohnungen, die also nächstes Jahr dann angefangen werden zu bauen. Wir haben hier ca. knapp 24.000 Quadratmeter Wohnfläche inklusive Dienstleistung Einzelhandel und Gastronomie. Wir haben hier einen Gesamtlüpfläche von knapp 22.000 Kubikmeter auf acht Valox-Geräte Vario 3500 verteilt, die also alle im Kellergeschoss stehen und dann letztendlich über Verteilschächte jeweils drei Stück pro Haus, quasi wir reden hier von acht Häusern und acht Eingängen, dann auf die jeweiligen Wohnungen verteilt werden. Hier werden zum Einsatz kommen 172 Flatboxen mit der Universalregelung, was das genau heißt, dazu komme ich gleich noch. Und hier ist der Unterschied zu den beiden Baufeldern vor, von gerade eben, dass hier die Valoflexrohre nicht in der Filigrandecke verlegt werden, sondern im abgehängten Deckenbereich und hier überwiegend im Bereich des Flurs und teilweise bei einigen Wohnungen im Bereich der WCs. Zum Einsatz, wie gesagt, kommen unsere Valogeräte, die sich durch einige eben gewisse Features eben abheben. Wir setzen hier ein, die Valo 3500, weil wir dementsprechend Lüftungsvolumen haben von circa 2700 bis 3300 Kubikmeter pro Haus. Wie gesagt, pro Haus heißt, dass wir hier also acht Eingänge haben und haben dementsprechend jeden Eingang mit einem Gerät versehen. Das hat auch darüber zu tun, dass unterschiedliche Bauherren dort sind und wir somit quasi immer einen Bauherr pro Haus abdecken können. Die Geräte sind VDI-X22 fähig und Passivhaus-zertifiziert und in Kombination mit der Flatbox wunderbar zum Einsetzen. Man sieht, man kann die Geräte sowohl stehend als auch an der Decke montiert einsetzen, was eine relativ große Flexibilität mit sich bringt. Und auch das Thema Außenfortluft und Zu- und Abluft, die Seite können wir letztendlich erst bei der Inbetriebnahme festlegen. Also Sie müssen sich nicht im Vorfeld planerisch festlegen, wo geht man raus, sondern das können Sie letztendlich erst auf der Baustelle machen, wenn Sie das möchten. Einsetzbar ist es letztendlich in kleineren Büros, Gaststätten, Arzt, Kindergärten und vor allem jetzt das Thema mehrführende Häuser. Also gibt es natürlich verschiedene Zubehörteile, das möchte ich einfach nochmal zeigen, wenn Sie es zu sehen haben. Also auch das Thema Kühlenheizung, Unterstützungs-, also tendenzmäßig Kühlenheizung, Nachheizung für das Thema Postschutz ist ja alles da. Und das können Sie dementsprechend optional, wenn es gewünscht wird, eben noch mit ansetzen. Jetzt kommen wir zur Flatbox. Die Flatbox ist letztendlich ein 3-in-1-Bauteil. Man kann sagen, sie verbindet das Thema Volumenstromregler, Schalldämpfer und Verteilerkasten in einem Bauteil. Sie haben da die Möglichkeit, 6 Rohre in der Abluft und 6 Rohre in der Zuluft anzuschließen. Das sehen Sie hier. Plus jeweils eines, also 6 plus 1 an der Seite hier optional noch mit anzuschließen. Das sieht man hier so ein bisschen, da können Sie das hier rausmachen. Und haben letztendlich diese 3 Bauteile in einem Bauteil vereint. Das ist eine sehr platzsparende Variante, welche nur 20 cm aufträgt. Und Sie haben 3 verschiedene Variationen der Flatbox. In der durchgehenden Variante, dementsprechend für den abgehängten Deckenbereich, welches Sie jetzt hier in dem Baufeld einsetzen oder ausschreiben werden. Sie haben es in der 90-Grad-Variante für das Thema Einsatz in der Filigran-Decke. Oder Sie können es dementsprechend auch in der Wickelfalz-Verteilung weiternehmen mit Dn125. Der Vorteil ist, dass Sie letztendlich das Thema Schall aus der kompletten Wohnung raus haben. Und das hat der Wirt ja gerade eben gesagt, dass die Genossen oder allgemein, dass die Wohnungsunternehmen das Thema, wie komme ich in die Wohnung rein, was muss ich dafür tun, Sie möchten es eigentlich gar nicht mehr haben. Das ist ein großer Vorteil der Gebäudezentralen Variante. Denn Sie haben dort das Gerät irgendwo im Facility-Management-Bereich stehen und eben nicht in der Wohnung. Letztendlich ist das Thema Filterwechsel, Wartung, Reparatur, Störung, alles irgendwo in dem Bereich nicht in der Wohnung. Und können somit diese ganzen Punkte letztendlich ausschließen. Auch das Thema Schall ist natürlich und das Thema Platzbedarf ist natürlich auch damit besser. Denn auch dort brauchen Sie in der Wohnung keinen Platz vorsehen. Die Flatbox können Sie sowohl als Vorwollinstallation als auch in die Decke montieren. Und das Thema Schall ist außen vor, denn das Gerät steht wie gesagt im Keller oder im Technikraum oder wie auch immer. Kurz zum Aufbau der Flatbox. Sie sehen quasi hier die beiden Schalter-Matten, die hier eingebaut sind. Sie haben hier die Druckmessstelle, die Steuerplatine und die beiden Volumenstromregler. Und dementsprechend haben Sie die Möglichkeit, trotz eines Zentralgerätes, jede Wohnung autark, unabhängig voneinander zu regeln, zu steuern, sodass der Nutzer seine Lüftungsstufe separat einstellen kann. Hier sieht man es nochmal quasi als Symbolbild nochmal dargestellt. Sie haben also hier das Gerät quasi im Facility-Management-Bereich, haben dementsprechend ihren zentralen Schacht und ging von da aus dann natürlich unter Bruchstürung der Brandschutzauflagen in die jeweilige Wohnung und können da aus verteilen. Diese Variante der gebäudesentralen Lüftung hat natürlich auch gewisse Ansprüche ans Gebäude. Sie braucht natürlich einen Schacht, das ist ganz klar. Also ohne Schacht geht es nicht. Idealerweise sind die Wohnungen auch so angeordnet in den jeweiligen Schosten, dass der Schacht auch vernünftig durchlaufen kann, dass Sie quasi in jeder Wohnung den Schacht irgendwo auch im gleichen Fleck irgendwo haben. Also sobald die Wohnungen oben anfangen zu vermischen, wird es meistens mit der Schachtführung immer etwas schwieriger. Das muss man natürlich sagen. Also wie gesagt, auch da ist dann architektronisch ein bisschen was im Vorfeld zu leisten. Wenn Sie die Flatbox einsetzen, können Sie das auch mit einem Nicht-Wallaufsgerät machen. Dann ist nur eine Konstantdruckregelung am Gerät erforderlich. Und dementsprechend können Sie dann über zwei Bedienfelder, die Sie hier sehen, die Lüftungsanlage in der jeweiligen Wohnungseinheit steuern. Sie können es aber auch über einen Luftsensor steuern lassen, der dementsprechend den CO2 und den Feuchtigkeit misst und automatisch die Anlage nach oben fährt, wenn einer dieser beiden Werte überschritten wird. Und dann wieder, wenn dieser Wert wieder unterschritten wird, in das normale Zeitprogramm zurückfährt, das Sie vorher eingestellt haben. Also auch diese Möglichkeit ist gegeben, dass, wie gesagt, jeder das machen kann von der Lüftungsstufe her, wie er es gerne möchte. Jetzt kommt noch eine Besonderheit, die wir bei dem Projekt Strandcar einsetzen werden. Und zwar haben wir eine sogenannte Universalregelung entwickelt, die also zwischen dem Lüftungsgerät und den Flatboxen eingesetzt wird. Sie schließen darin direkt Ihren Laptop an und können dann von diesem Laptop aus auf alle Flatboxen innerhalb des Gebäudes zugreifen. Das heißt, Sie können von dort auch dann die Inbetrieb einander machen. Sie müssen nicht mehr in die einzelne Wohnungen gehen. Die Flatbox quasi dann dort aus mit der Hand oder mit dem Laptop bedienen. Sie können von der Universalregelung in der Regel 16-jährigen Gerät direkt auf die Flatboxen zugreifen. Sie können dort, wie gesagt, die Inbetriebnahme machen und auch sämtliche Updates vornehmen. Also auch da wäre das Thema, Sie müssen nicht in die Wohnungen, um an der Flatbox was zu verändern. Zum Zweiten ist es so, dass die Flatboxen über die Universalregelung durch Verbindung eines Modbus-Kabels permanent mit dem Lüftungsgerät kommunizieren und somit also die ideale Energieeinstellung oder die ideale Drehzahl des Gerätes gewährleisten. Und wir somit eine Reduzierung der Ventilatorregelzahl um circa 12 Prozent erreichen können und damit eine ungefähr 30-prozentige Reduzierung der elektrischen Leistung gewährleisten können. Das auch wieder zum Thema Energieeinstellung und Nachhaltigkeit. Wir somit wollen die gewährleisten können, dass das Gerät immer im idealen Leistungsstatus läuft und somit also auch da zum Thema Energieaufwand wie immer im bestmöglichsten Leistungsspektrum laufen. Jetzt kommen noch ein, zwei Bilder. Das sind letztendlich keine Bilder aus dem Projekt Strandkeil, weil das ist ja noch nicht da. Das sind Bilder aus Berlin, die mein Kollege gemacht hat. Da haben wir zwei Baubehaben, unter anderem über die CG-Gruppe und Konto-Wessels-Holding mit insgesamt circa 400 Wohnungen, wo das eben genauso gemacht wurde, wie es jetzt bei dem Projekt Strandkeil geplant ist. Wir haben also hier, sehen Sie, die Flatbox in der abgehengten Decke. Hier sehen Sie auch mal die Revisionsöffnung. Und dann sehen Sie hier, hier ist quasi die Flatbox. Dann sehen Sie hier quasi die Ventile, Überwandventile in den Raum, jeweils als Zu- oder Abluft gesetzt. Das ist genau das Prinzip, was wir jetzt, wie gesagt, hier bei Berlin-Beräusch-Strandkeil 56, 57 Nord-Süd auch so geplant haben. Und hier sieht man das nochmal offen. Also hier sehen Sie, wie gesagt, die Zu- und Abluftleitungen von dem Zentralgerät, dem ist hier die Flatbox installiert und dann letztendlich über unsere Valoflex-Rohre die jeweiligen Räume versorgt über, in der Regel, Wandventile. Wir können hier zu einem sehr großen Anteil die komplette Technik im Flurbereich belassen. Außer wenn eben Räume über den Flur nicht erreichbar sind, dann muss man eben im kleinen Bereich noch abhängen. Und dementsprechend darf man noch einen anderen Raum, in der Regel das Bad, noch mit versorgen, dass man die Räume anschließend nicht am Flur direkt mit dranhängen. Wenn wir jetzt das Thema uns anschauen, Flatbox, und jetzt mal nicht Verlegung in der abhängen Decke, sondern in der filigranen Decke, dann gibt es eben sogenannte Adapterplatten, die wir einsetzen können, um das Thema auch, ich sage mal, Siebstahl oder Beschädigung so ein bisschen zu minimieren. Das ist das Risiko. Wir setzen quasi diese Adapterplatte in die filigranen Decke ein und können dann eben in der filigranen Decke die Wallerflexion verlegen und sie auf die Adapterplatte anschließen. Es gibt hier zwei Ausführungen. Sie sehen einmal hier quasi einfach nur links und rechts abgehend oder auch hier dementsprechend auf drei Seiten abgehend. Das sieht dann in der Praxis so aus. Das ist quasi hier das Bild von unten, da wo nachher dann die Flatbox einfach angeklickt wird, wenn dann der Rohbau etwas weiter fortgeschritten ist. Und hier oben sehen Sie quasi dann, wo Sie die Rohre dann auf die Adapterplatte aufstecken und dementsprechend in der filigranen Decke verteilen. Und somit ist das letztendlich eine Sache, wo Sie ganz klar definieren können, wo kommen die Rohre hin, oder dass Sie hier ein Bauteil einsetzen müssen zum Thema, wie gesagt, Beschädigung oder Verschmutzung oder Diebstahl. Hier sieht man nochmal ein paar Bilder aus der Praxis, wie das dann dementsprechend ausschauen kann und dann von der Sache hier hinverlegt werden kann. Hier sieht man das Thema nochmal, wenn man die Adapterplatte nicht einsetzen kann oder möchte, wie es dann eben ausschaut. Und auch das kann man tun, indem man die Box eben an die Decke montiert und dann dementsprechend über ganz normale Deckendurchbrüche die Walloflexfrohre in die filigranen Decke bringt. Und dann sieht es oben dementsprechend so aus. Am Ende kann ich nur sagen, atmen Sie auf. Wir sind angetreten für gesunde und frische Luft für Ihr Zuhause. Sie sehen, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Das war eine von denen, die wir anbieten. Und ich hoffe, ich konnte es Ihnen ein bisschen näher bringen. Ich muss eine kleine Sache am Ende noch sagen. Ich darf Ihnen leider keine Pläne zeigen, der ganzen Projekt, denn aufgrund des momentanen Projektstandes uns die Bauernschaft dieses nicht gewährt hat. Sonst hätte ich Ihnen gerne noch ein paar Grundriss und Schritte gezeigt von der Planung her. Das kann ich sicherlich vielleicht nächstes Jahr dann nachholen, wenn das Bauvorhaben weiter fortgeschritten ist. Und dann Ihnen sicherlich auch etwas näher zum Thema Planung und Planungsunterlagen auch in etwas näher bringen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt bin ich gespannt, ob es noch Fragen gibt. Ja, vielen Dank, Herr Thoms, für den Vortrag zu dem Projekt in der HafenCity. Die eine oder andere Wohnungsbaugesellschaft hat oder Genossenschaft hat da ja auch Wohnungen, sodass man dann schon mal weiß, zumindest mit welcher Lüftungsanlage oder mit welchem Lüftungssystem das Ganze dann auch ausgestattet ist, auch wenn man sich dann vielleicht noch nicht auf die Wohnungen bewerben kann. Es gibt drei Fragen, sehe ich jetzt gerade, von Axel Horns von Klagee. Da geht es um die ersten Projekte und zwar um die Lüftungsrohre auch im Ortbeton, also in den Decken. Und dazu eben die Frage, ob Rückbau und Recycling keine Rolle gespielt hat. Gerade gestern war Cradle to Cradle ein Thema und wie man eben gerade dann auch Bauteile nach der Nutzung gegebenenfalls dann auch wieder trennen und weiterverwenden kann. Das ist natürlich gegebenenfalls bei solchen Systemen dann auch etwas schwieriger. Ja, die Frage kann ich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so wirklich beantworten, weil ich bisher noch kein unserer Wallungsbaugesrohre nach einem möglichen Rückbau gesehen habe, inwieweit es dann letztendlich aus dem Beton lösbar ist oder sich herauslösen lässt. Ist natürlich prinzipiell immer eine Sache, die natürlich, wenn ich die Rohre in eine abgelegte Säcke verlege, sich natürlich einfacher realisieren lässt, als wenn ich sie in eine filigranen Säcke verlege. Also es gibt immer für alles Vor- und Nachteile oder Vor- und Kontra. Ist in dem Fall sicherlich auch so. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, kann ich nicht einschätzen, inwieweit das dann aufwendig machbar oder nicht machbar ist. Joachim Reinig hat Fragen, also von Plan R, Architektenbüro Martin Brüdergamm. Wie ist das Lüftungssystem? Ich glaube, das war eine relativ frühe Frage auch. Ich glaube, die haben Sie zwischenzeitlich dann auch schon einmal weiter dann auch beantwortet. Trotzdem Detailfrage, wie ist das mit der Abluftführung? Also wo wird die bei den Gebäuden dann hingeleitet? Und nochmal Detailfrage, ob die Rohre innen glatt sind. Also fangen wir mit der zweiten Frage an. Unsere Verteilerrohre sind innen glatt, antistatisch und antibakteriell beschichtet, um möglichst, wie gesagt, wenig an Dreck oder Unreinheiten dort eben haften zu lassen. Und die Aus- und Fortluft, ich richtig verstehe, habe ich von den Geräten, die Geräte stehen also alle im Tiefgeschoss und gehen dementsprechend dann über die Fassade raus, auf eine Seite, wo letztendlich dementsprechend kein Publikumswerk erherrscht. Aber wie gesagt, die Planung der Geräte und der Aus- und Fortluft liegt beim letzten Baufeld hier, bei PWA in Hamburg. Und damit haben wir jetzt speziell nichts zu tun gehabt, denn wir haben die Geräte geplant und dementsprechend alles das, was letztendlich von der Flatbox aus in die Wohnungen geht. Genau, sozusagen die Systemgrenze war dann dort. Stefan Wirth, unser Referent von eben, hat sich nochmal gemeldet mit der Frage, bei einem Mieterwechsel müssen dann die Abluftleitungen nicht gereicht werden? Wie wird das dann ausgeführt? Also es ist generell so, dass, ich sage mal so, dass letztendlich die Hygiene der Gesamtnutzungslage beginnt und endet immer im Gerät. Also wenn Sie das Gerät vernünftig warten, vernünftig Ihre Filter tauschen und dort quasi Hygiene walten lassen, dann haben Sie in den Rohsystemen in der Regel keinerlei Verschmutzungen. Natürlich haben Sie im Abluftsystem, das muss man jetzt ein bisschen eingrenzen, schon die Thematik, gerade im Bad oder auch im Küchenbereich, dass Sie da natürlich durch, ich sage mal, Duschen, Haarspray, Deo oder im Küchenbereich durch Kochen schon vielleicht auf den ersten zwei, drei Metern so einen leichten Film haben können. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich stelle mal eine Gegenfrage, wenn Sie einen Mieterwechsel haben, tauschen auch die Siffungs der Waschdecken aus? Ich glaube nicht. Ja, das ist in dem Fall ähnlich, denn es ist ein Abluftsystem, da ist für die Luft rausgezogen. In den Zuluftrohren, da geht die frische Luft rein. Und wie gesagt, man kann die Rohre reinigen, das ist kein Thema. Wobei ich sage, wenn man, wie gesagt, die Hygiene im Gerät dementsprechend vernünftig pflegt oder das Gerät vernünftig pflegt, dann hat man im Verteilsystem aufgrund auch der Beschichtung der Rohre wenig bis keine Probleme. Eine Frage nehme ich noch, bevor wir dann doch in die sehr kurze Pause dann auch noch mal gehen, nämlich von Peter Krämer, unserem ersten Referenten. Etwas vielleicht grundsätzliche Frage, wie beurteilen Sie Abluftwärmepumpen? Dadurch wird ja dann der Aufwand der Verrohrung, also für die Abluft, dann oder beziehungsweise dann für die Zuführung der Luft dann ja reduziert. Aber die Abwärme kann ja trotzdem energetisch genutzt werden. Also die Wärmerückgewinnung sozusagen über die Abluftwärmepumpe. Ja, also es ist natürlich ein Folgen, der genutzt wird. Die Frage ist halt immer bei diesen Kombinationen mit der Wärmepumpe, was habe ich denn für eine Luftleistung? Reicht mir diese aus, um letztendlich auch die DIN zu erfüllen? Oder ist es nur ein reiner Feuchteschutz? Das muss man dann immer letztendlich so ein bisschen auch mit berücksichtigen. Ideal wäre der Einsatz, Lüftungslage und Wärmepumpe. Aber wie gesagt, man muss immer sich die Luftmengen anschauen. Also natürlich ist das eine Möglichkeit. Man muss immer jetzt nicht sehen, was denn die Vorgabe ist, die man dann zu erfüllen hat und ob man die DIN dann auch wirklich zu 100 Prozent erfüllen kann. Herr Krämer merkt nochmal an, natürlich zur Warmwasserunterstützung für sozusagen gesamte Heizung ist natürlich die Energiemenge dann in der Abluft dann nicht ausreichend. Aber dadurch, dass man natürlich ganzjährig Raumtemperatur hat und damit natürlich auch Ablufttemperatur, wäre die Wärmequelle natürlich dann auch ganzjährig verfügbar. Im Gegensatz zu einer Luftwärmepumpe, die im Außenbereich zum Beispiel aufgestellt ist. Das stimmt, ja. Dann vielleicht nochmal ganz kurz die Frage von Joachim Reinig als Letzte. Wie wird die Abluft aus den Räumen gesammelt? Nur mit Wandventilen oder auf andere Art und Weise? Also bei der Abluft ist es in der Regel so, dass Sie durch Wandventile und oder Deckenventile die Luft aus dem Raum herausnehmen. Das ist der ideale Vorgang. Sie können bei der Zuluft noch das Thema Bodenauslässe als weiteren Punkt mit aufnehmen, als weiteren Rügelstabend aufnehmen. Allerdings empfiehlt es sich nicht, über Bodenauslässe eine Abluft zu bauen. Einfach aus der Tatsache, dass sich die ganzen Direkte, die sich ansammelt, dort mit reinziehen würden und dementsprechend eine sehr große Unreihung hätten. Also von daher ist für die Abluft das Thema Wand- oder Deckenventil die einzig mögliche Variante, logisch betrachtet. Und für die Zuluft haben Sie eben noch die weitere Möglichkeit, über einen Bodenauslass die Frischluft einzubringen. Kurze Antwort oder beziehungsweise kurze Frage, kurze Antwort dazu. Vielen Dank, Herr Thoms. Vielen Dank für den Vortrag und auch für die Beantwortung der Fragen. Vielen Dank auch an Herrn Wirth und an Peter Krämer von der Hamburger Bokea. Und noch einmal vielen Dank an unsere Referenten. Danke, wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.